Die zu veräußernde sanierte 3-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung befindet sich in Schweinfurt-Innenstadt-Nord. Die Immobilie wurde 1900 erbaut und wird über einer Strometagenheizung beheizt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Dachgeschoss-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 73 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Wohnung beläuft sich auf 120.000 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. Die Dachgeschoss-Wohnung. Die Dachgeschoss-Wohnung. Untertitelung des ZDF, 2020